Ich habe selten einen Kollegen gesehen, der in seinem ersten Mandat ein so hohes Renommee erworben hat, wie das bei Roberto Gualtieri der Fall ist. Nach vier Jahren, glaube ich, gehört Roberto Gualtieri in diesem Parlament zu den einflussreichen Abgeordneten. Ein Mann von enormer Sachkenntnis und er repräsentiert eine Modernität in der Wahrnehmung eines Abgeordnetenmandats, in der direkten Interaktion zwischen Wählerinnen und Wählern. Und deshalb freue ich mich, dass ich mit Roberto habe arbeiten können. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn mein Freund Roberto Gualtieri auch im nächsten Europa-Parlament vertreten wäre. Das ist ein Mann, der sehr gut mit den Details betrifft, also wenn man mit den Finanien betrifft, wenn man mit dem Geld 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 betrifft, dann ist es immer gut, wenn man jemanden auf der anderen Seite des Negotiations-Tablen. Es ist ein Europäer der Europäer, der immer sehr gut vorbereitet ist. Er hat immer viele Ideen, die sich über die Ideen und die Ideen zu erzeugen. Also, Roberto ist ein des Piliers der Reflexion des Parlementen und ein des Piliers der Idee, wie er die Kommunikation entwickelt hat. Er ist nicht fédéralistisch, sondern er ist kommunitarisch, fédéralistisch. Das war sehr interessant. Das ist ein Wettbewerb für die Menschen der Europäische Union. Das ist ein Wettbewerb für unsere Politik und unsere Arbeit in der ganzen Welt, dass wir die Menschen representieren. Und zweitlich, dass es eine starkere Basis ist, in order for us to be able to operate well. Und ich paye tribute zu ihm für die Arbeit er hat. Wo ist die Europäne? Roberto Gualtieri ist ein Mitglied im Parlament. Mit ihm versuchen wir zu modernisieren, um sie viel stärker zu machen als heute, und zu steigern die Wirtschafts-economie. Und ich kann sagen, dass Roberto Gualtieri ist ein der wichtigsten von dem Europäischen Parlament. Er ist ein wichtiges Person. Er ist nicht nur die Musik des Socialist- und Demócrata in diesen Gesprächen, sondern es auch die Musik des progresisten Europas, die wir für eine Europäische Europäische, für eine Europäische, für eine Europäische, für eine Europäische, für eine Europäische, und eine Europäische, für eine größere Demokratie. Legitimidad Democrática, Unión Europea, Ambición Social, sind die drei Elemente, die Arbeit von Roberto in diesem Parlament. Ich glaube, dass es nicht nur fundamental in dieser Legislatur, sondern auch, wenn wir die Reformen konstitucionalen in den nächsten Jahren diskutieren. B因 und schenken die fünf Kollegen an. Bis zum nächsten Mal.